Platz 2 Egal, ich hab jetzt Wurfsperr. Fickt euch. Bin okay. Ich muss mir hier ein Gemetzel suchen und dann... Nein! Ich hab einen Wurfsperr. Kommt mal her bitte. Ich lass ausreißen. Ich komm nicht voran. Ich bekomm keinen Kill mehr, ey. Ja, Micha! Da hast du einen Pfeil ins Bein bekommen. Das war ein Speer. Achso. Du bist scheiße. Weißt du, mein Pfeil ist ja genau drauf, aber irgendwie ist er vorbeigeflogen, so über deinen Kopf. Wie soll man das denn gewinnen? Yo! Ich hab dich gerecht. Ja. Wenn man muss vor die Flugbahn berechnen, bei dem Teil, das ist richtig schwul. Ich hab... Ja. Mein... Recher gerecht. Wie hast du mich denn bitte schön gerecht? Übel! Ja, den hab ich auch erledigt. Für beide erledigt. Ich war im Blutrausch, sorry. Ey, ich hab so viel Pech, ohne Witz. Weißt du, von mir steht so einer, der... Wir müssen an anderen da klären. Der andere vor dem... Wir müssen mit Wurfbeilen oder so. Komm mal raus oder so, ne? Na? 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 Kevin geschnackt. Fuck. Ich hab nur noch ein... Ich hab ein Balken Leben. Fuck ey. Ich hab grad angeschlagen. Ich bin angeschlagen. Ich hab dich grad mit einem Seiten Leben getötet haben. Ich muss hier... Oh, krass. Oh, krass. Nein, aber zum gerade noch mal, ne? Vor mir steht der... Direkt vor dem... Wir sind so einer Tomahawks. Und der Typ, der nicht töten will. Vor mir läuft genau links und rechts. Dass... Ich die Tomahawks abkrieg und sterbe. Aber ich hab dich angestochen. Ich hab dich angestochen. Yo, ne, fick dich. Ich hab noch mal raus, die hier fliegen wem. Ich hab doch so. Heeh... So... Und man kann aus dem Sprint ja so eine Megaattacke machen. Sag das doch immer. Oh, du bist Zweite. Du bist direkt hinter Crash. Nice, ey. Den König muss ich vom Thron stoßen. Michael, ich bin dir direkt auf den Fersen. Ich renne dir direkt entgegen. Nein! Nein! Ihr habt nicht mehr mehr einen Balken daneben jetzt. Easy. Äh, easy. Hauptsache, ich bagge mich jetzt gerade irgendwo in die Ecke und hiel mich. Nein, bitte nicht. Ganz sorge, ob er nur ist. Ja! Ah! Nein! Das ist einer mit Bogen, der ganz schöne Action macht. Noch eine Minute. Mischa, du schaffst es nicht. Vor allem, was ich euch jetzt jage. Ja! Sie sind eigentlich kontraproduktiv mit Freunden zu spielen. Nein, nicht. Ja, für alle auf jeden Fall. Ja, ich muss weiter. Ja, komm, erst mal einen anderen. Einen mit Teams. Genau, ich bin aber erstmal kurz auf die Kamera zuerst noch. New. Ach, ich muss kurz pissen. Ich bin kurz auf die Kamera. Ja, dann zerfetzt sich hier noch ein paar Leute. Ja, dann wird man schon mal. Yes! Nein! Denn... Zwei killst du auch, okay. Okay, du hast drei. Vier. Vier sogar, okay. Pah! Easy! So. Ich brauche mehr Opfer. Oh mein Gott! Ich bin Bogenschütze. Oh mein Gott! Ja! Wann hinten? So, die Sonne nie scheint. Oh! Jo! Jo! Hattet direkt sieben Kills. Ja. Der Assassine mit dem Zweihandschwert. Yo! Haben die zwei gegen mich verbindet? Wo bist du? Yo! Krass. Der ist gut, ey. Ja, nein, ich bin mir. Ah! Alter! Ist das schon wieder so ein Free For All? Wir sind immer noch im Gleichen. Der hat irgend so ein Bekloppter auf mich eingeschlagen. Oh! Ah, irgendwie seid ihr hier gar nicht auf dem Server, wo ich bin. Doch da bist du. Der hat sich das gern. Aber der wird es mir gar nicht angezeigt. Wie viel sind denn hier auf dem Server? 28. Okay, selbstverständlich. Ja, Micha... Micha hat mich jetzt schon zum dritten Mal von hinten erwischt. Ja. Der hat vor mir gespahnt. Wo seid denn hier? Micha hat die Führung immer noch da. Ich will dich tarnen. Ich fasse es nicht. Ich lauf direkt in so einen scheiß Sperr rein. Chant schon wieder Tod, von einem Tomorak oder was? Ich muss auch... Hier einen von hinten erwischen. Nein!